Das ist sicherlich auch das, was mich in gewisser Weise stark macht. Was ich vielleicht im Gegensatz zu anderen auf der Haben-Seite habe. Ich habe immer gekämpft, habe versucht, immer meinen Weg zu gehen und es hat bisher ganz gut geklappt. Lukas Jakubczyk, der etwas andere Sprinter. Kein Poser, kein Angeber. Ein bescheidener Typ, der einfach macht, was er liebt. Und das blitzschnell. Am vergangenen Wochenende verpasste er hinter Julian Reus mit sagenhaften 10,01 Sekunden den deutschen Meistertitel um ein Tausendstel. Er gehört zur Sprint-Elite Deutschlands auch, wenn nicht jede Stelle seines Körpers mit Muskeln bepackt ist. Ich habe meine Stärken woanders, bin halt leichtfüßig, habe sehr gute reaktive Fähigkeiten und die schweren Beine, ich glaube, die würden mir auch im Wege stehen. Der aus Plauen stammende Leichtathlet begann seine Karriere im Weitsprung. Doch da tat er sich schwer, verletzte sich am laufenden Band, die Kräfte auf den Körper zu stark. Anders beim Sprint. Da ist der 29-Jährige zurzeit in Topform, schrammt nur knapp an der magischen 10-Sekunden-Marke vorbei. Doch er weiß genau, warum solche Rekorde vorsichtig zu genießen sind. Bei dem wirklich dann auch hinterher zu rennen und das unbedingt zu brechen, habe ich so ein bisschen mein Problem mit, dass man sich dann in so eine Spirale reinbewegt, wo man nicht mehr rauskommt. Und da will ich einfach locker bleiben, mir diesen Druck nicht auflegen. Die Norm für die Europameisterschaft in Zürich von 10,24 Sekunden hatte er im Mai locker geknackt. In Zürich will Jakubczyk dann ein Ausrufezeichen setzen. Nicht für sich allein. Auch hier denkt der Läufer vom SCC weiter. Es ist schon lange her, dass ein deutscher Sprinter ein europäisches Finale erreicht hat. Und da möchte ich wieder einer sein, wo man sagt, in Deutschland bewegt sich was. Und das ist das, wo es hinausläuft, worauf mein Training auch abzielt. Und dafür ist diese Maschine von großer Bedeutung. Ein Widerstandsgerät, was dem Muskel bestimmte Reize vortäuscht, um die Sprintkraft des Athleten dauerhaft zu verbessern. Neben dem Sport studiert der Olympiateilnehmer von 2012 Sportwissenschaften. Blickt bereits jetzt in die Zukunft und die wird natürlich in der Leichtathletik liegen. Ich kann mir das schon vorstellen, in der Leichtathletik als Trainer zu arbeiten. Das ist einfach meine Leidenschaft. Ich bin Leichtathlet durch und durch und habe so meine Kontakte, die als Sportler, jetzt auch ein bisschen als Trainer. Und das ist schon was, wo ich mich später hin orientieren könnte. Vom Verletzungspech geplagt, nie aufgegeben und immer seinen eigenen Weg gegangen. Lukas Jakubczyk, ein zäher Typ mit Durchhaltevermögen. Lukas Jakubczyk, ein